stell dir vor am dritten oktober würde jeder mensch in deutschland einen baum pflanzen 82 millionen jedes jahr ein neuer wald von nord nach süd von ost bis west für das klima und für dich und deine familie für unsere zukunft lass uns zusammen diese tradition ins leben rufen wir starten jetzt auf mut verbindet de hashtag einheitsbuddeln die große baum pflanzaktion zum tag der deutschen einheit